hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video ich fahre doch mal mit in der u-bahn sobald diese los fährt aber auch nur so lange wie es halt möglich ist zur not halte ich jetzt auch gleich die kamera aus dem fenster raus aber so lange jetzt hier keiner sitzt ich hoffe dass der zug jetzt auch gleich los fährt weil die ansage ging jetzt gerade schon los hat gesagt dass hier dieser zug jetzt los fährt ich mache mir pause eigentlich wollte ich das auch mal mit filmen wie das sich andert mit zurückbleiben bitte habe ich zwar schon mal gefilmt im dezember oder ende november war das ich will jetzt nicht selber auf youtube ich will jetzt gerade selber der gröste zirkus deutschlands nein natürlich nicht er ist rechts rüber heisst und dann befindet sich hier im tunium gleiswechsel so ein gleis x so ein doppeltes klar klar doppelter gleiswechsel glaube ich das scenостоin gleich links weiß ich zwar nicht genau aber wenn ich es hier gleich sehe ich wollte es auch nicht nach vorne filmen denn da sitzen leute Die Museumsinsel steige ich dann aus, laufe ich nämlich dann mal über die Museumsinsel, ich habe es ja nicht eilig, der Bundestag, da habe ich nämlich letztes Jahr eingestehen an dieser Haltestelle, und da fährt eine alte Elser Rüttemberg. Ich will auch nicht die Leutung mit dem Film jetzt. Meistens hätte ich wahrscheinlich wieder nur Nachtvideos machen können, aber heute nicht. Die Wiesbahn dreht ja zur Zeit nämlich nicht, wegen Bauarbeiten. Daher muss man halt auf die U-Bahn ausweichen, wenn man durch die Innenstadt von Berlin möchte. Daher muss man sich in der nächsten Haltestelle aussteigen, aber ich mache jetzt mal Ende. Ich mache jetzt keine Verabschiedung, ich mache jetzt einfach mal das Video.